In diesem kurzen Video geht es um die Zwei-Pol-Theorie. Keine Angst, auch wenn das Theorie im Namen trägt, das ist halb so schlimm. Stellen wir uns vor, wir haben ein lineares Netzwerk. Dann haben wir daran zwei Anschlüsse und jeder dieser Anschluss heißt Pol und damit haben wir ein Zwei-Pol. Ein Zwei-Pol hat, das ist die andere Sichtweise, auch eher die angelsächsische, genau ein Tor. Deswegen könnte man das Ganze hier auch die Ein-Tor-Theorie nennen. Soviel zur Namensgebung. Wie verhält sich denn so etwas, wenn wir da jetzt irgendetwas anderes dran anschließen, zum Beispiel einfach eine Spannungsquelle? Na ja, eigentlich kann dieses Ding ja nur bestehen, kann nach gegenwärtigem Stand unserer Kenntnisse Widerstände nur bestehen aus Widerständen. Nun, Widerstände kann man immer, Widerstandsnetzwerke kann man immer zusammenfassen. Also Widerstandsnetzwerke kann man zusammenfassen und damit ist mindestens plausibel gemacht, dass man so etwas immer umformen kann in einen einfachen Widerstand, Räquivalent. Und der wäre in diesem Fall einfach bestimmt aus dem, was wir hier oben schon haben, nämlich U und I gleich U durch I. oder irgendwie anders bestimmt. Bestimmt. Letztlich kann man sagen, jeden linearen, rein passiven 2-Pol kann man in einen äquivalenten Widerstand umformen. So, wenn man das kann, was passiert denn nun, wenn ich so etwas habe? Ich habe ein lineares Netzwerk 1, habe da dran eine Spannungsquelle, die mich aber im Kern gar nicht interessiert, sondern betrachte jetzt diese Ausgänge hier. Nun, zunächst mal kann ich daran jetzt ein lineares Netzwerk 2 anschließen. So, und das ist ja nun wieder nichts weiter als ein Widerstand, den Räquivalent, den wir eben hatten. Okay, damit wäre diese Seite, die rechte Seite zunächst mal erledigt. Grün machen. Problem gelöst. Was passiert aber, wenn ich da reinschaue, nach links reinschaue? Nun mache ich erstmal eines. Ich kann ja problemlos erstens die Quellen ausschalten. Nun, was man dann hat, dann ist das letztlich so was hier. Das lineare Netzwerk 1 und hier in diesem Fall mit der Spannungsquelle einfach ein Kurzschluss dahinter. Ausgeschaltet. Okay, da reingeschaut und gemessen, entspricht das hier nichts weiter als einem Räquivalent 1. So, in etwa. Wie ich die Leitung jetzt zeichne, ist ja nun egal. Okay, was passiert jetzt aber, wenn ich die Quelle wieder einschalte? Quellen einschalten. Nun, ich habe irgendwas mit meinem Räquivalent 1 und müsste ja eigentlich rauskriegen, jetzt mit der Quelle da dran, dass es sich hier irgendwie mit einem anderen Netzwerk, dem Räquivalent, der es sich ähnlich eben hatte, also aus der ersten Rechnung, das ist jetzt der hier, da, dass da eine Spannung abfällt, U und UK und I UK fließt. und ich hatte natürlich hier irgendeine Spannungsquelle, die ich mal U' nenne. Ja, was kommt dabei raus? Es muss natürlich sich so ergeben, das kann nicht anders sein. Was dabei rauskommt, ist, dass auch ein aktives W2-Pol kann als äquivalente Spannungsquelle mit Innenwiderstand beschrieben werden. So, das ist jetzt zunächst mal nur für eine argumentiert, aber drittens gilt das auch für mehrere Quellen. Ich mache nur die einfache Aussage Ja, weil der Überlagerungssatz gilt. Ich habe es nur mit linearen Elementen zu tun und Quellen und dann kann ich dieses Äquivalenzprinzip wie oben benutzen für jede einzelne Quelle, egal ob Spannungsquelle oder Stromquelle völlig egal. Ich kann jederzeit so ein äquivalentes U' bestimmen und ich kann jederzeit so einen Innenwiderstand hier bestimmen, wie der da steht. Das Ganze gilt auch, gilt natürlich auch, weil Spannungsquellen und Stromquellen äquivalent sind, gilt alles auch für Stromquellen entsprechend. Was heißt das? Beispiel ein relativ einfaches Greifen wir uns mal dieses einfache lineare Netzwerk 1 heraus, schließen daran eine Spannungsquelle U und schauen uns an, was denn, wenn das R1 und R2 sind, passiert und womit man das ersetzen könnte. Nehmen wir beispielsweise ein RL. Ja, was würde ich zunächst machen? Ich würde zunächst mal bestimmen, was passiert denn eigentlich, wenn ich RL auf unendlich setze, also einen Leerlauf annehme, dann ist doch U K gleich U mal R2 durch R1 plus R2. Naja, und dieser äquivalente Widerstand, wie groß wäre der? Tja, ich schalte das Ding hier aus und dann habe ich nichts weiter als R1 parallel R2, also gleich R1 R2 durch R1 plus R2 und so bekommen wir als Ersatz 2 Tor R1 R2 durch R1 plus R2 mit der Spannungsquelle, der idealen Spannungsquelle hier, R1 durch Alt R2 das ist ja auch eine 2 durch R1 plus R2 Okay, ich danke für die Aufmerksamkeit.